Und die dachten, ich würde das nicht schaffen. Sie hätten gleich einen echten Profi fragen sollen. Sieh mal da rüber, die Bulle. Oh Gott, eines der Models hat wohl die Cops gerufen. Du hättest das mit dem Badematt lassen sollen, du perverslich. Das war ja wohl alles deine Idee. Hi. 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 Kann ich Ihnen helfen? Bartowski kriegt das hoffentlich wieder hin. Lass uns verschwinden. Ja. Das war ziemlich dumm. Ich begreife nicht, wieso es alle nur auf die harte Tour wollen. Nein, nein. Ich kann Ihnen versichern, das will ich nicht. Und die harte Tour ist was? Schön, euch alle hier so rätselig vorzufinden. Auf dem Chip war die Identität des Intersect abgespeichert. Wen soll ich als erstes dazu befragen? Phillips, das ist ja auch. Vielen Dank.